Mahlzeit, meine lieben Freunde, der geflickten Unterhaltung. Zu meinem Video von gestern wollte ich euch eigentlich nur sagen, es geht um den 14. Scheinheiligen und seinen Platz, da wo seine Waffe ist. Das Video habt ihr bestimmt gesehen. Ich habe vermutet, dass das sein Stammplatz wird. Sein neuer Hotspot. Oder wie immer ihr es auch nennen wollt. Und, seht ihr, ich hatte recht. Tada! Da ist er. Der 14. Scheinheilige. Auch wenn ich das Wort Trials of Osiris und so ne Scheiße nicht mehr hören kann. Aber hier sind überall diese Trials Dinger. Vielleicht gibt es bald die Trials vom Sint 14. Auf jeden Fall ist das hier, wie ich es richtig vermutet habe, sein Platz geworden. Hier baut er seinen Shop auf. Hier können sie auch so die ersten Dinger hinstellen. Das Teil habe ich hier hingestellt. Ich habe sein Quartier besucht. Ich schwöre. Er ist ein Taubmann für seinen Alter. Macht das einen Kölkis auf Schnurze. Ich sehne mich danach, Alt-Russland wiederzusehen. Ja, dann faul doch ab nach Usbekistan. Alter, ausgeruht bin. Hm, genau. Auf jeden Fall. Jeans Forever Guardians. Könntest du Osiris etwas aus... Ach, guckst du hier, ey. Noch nächste Tribut. Da, weißt du, zack, jetzt kriegst du auch sein Scheiß. Beute, Züge des Wurz und Heiligen sind freigeschaltet. Auch sehr schön. Den ganzen Mist gibt es dann hier. Dann labern wir den mal wieder an. Komm, gib mir einen Beutel zu, Golda. Schön, dass immer noch Vögel in den alten Mauern ist. Schön, dass immer noch zu Vögeln ist in den alten Mauern, Junge. Ding, ding, ding. So, Herr damit. Und auf Wiedersehen. Hör zu, Titan. Ach, geh mir nicht auf den Sack, Alter. Weißt du, benutze deinen Kopf. Ey, halt da dumme Maul. Zack. Freunde, ihr habt recht gehabt. Und jetzt, auf Wiedersehen. Besüßt sich.